Moin, mein Geburtstag ist noch gar nicht so lang her, 30. April war es soweit gewesen, na, legen wir mal los mit dem Freestyle, wa? Peace in. So mal wieder darlegt, während ich hier jetzt grad einfach nur mal wieder schräg bin. Okay, kann ich natürlich auch überlegen, worüber reden, worüber sich übergeben, während ich hier natürlich auch schon wieder reden könnte darüber, was hier so schweben ließ, wie zum Beispiel mein Freestyle. Denn ich weiß ja, hier war natürlich auch schon wieder einiges am Ziel grad, aber momentan ist das hier ja sowieso kein weiterer Vielfraß, sondern einfach bloß mal wieder jemand, der hier schratmäßig schon wieder grad was war, ist doch gleich klar. Einfach nur mal wieder Genius, Hardcore Freestyle halt. Okay, dann muss ich hier lieber weiter gehen, da ich natürlich auch einiges zu geben hab, aber momentan ist das hier einfach nicht zu verstehen, ja. Weil irgendwelche Geister schon wieder meinen, mich zu meistern. Ich hingegen denke, diesen Scheißidioten dann natürlich auch schon wieder, dafür werde ich nicht meinen Hut ziehen, sondern eher noch weiter runterdrücken, so lange, bis ich nichts mehr sehen kann, vielleicht auch mal, aber egal, weil ich hier jetzt grad einfach nur mal wieder stehen kann, oder doch nur meinen Auftrag wahrnehmen, allerdings bin und bleib ich ja nicht verkrampft, sondern einfach nur mal wieder da, wo ich hier jetzt allesamt einstampfe dann, oder doch nur schon wieder ganz anders werd dann, allerdings auch Grund dieser Tatsachen hier jetzt grad eben einfach nur mal wieder total verrückt geben wollte. Was ich sonst noch so revoltieren ließ grad, ist einfach nur meine Freestyle-Sache, sodass ich hier natürlich auch schon wieder was jetzt grad macht, nachher stimmt ja, eine Ansage, eben, also muss ich hier schon weiterhin geben und was es natürlich auch dazu gegeben wissen, allerdings dachte ich mir jetzt gerade eben, über flüssigen Phasen kann man natürlich auch schon wieder was gegeben wissen, grad eben, nachher stimmt ja, dass hier natürlich auch der Schaden gehen mag dann, allerdings nicht wie bei Satan, sondern einfach nur mal wieder das, was hier so sonst noch so krass kommt. Aber momentan ist das hier ja so die Fassung, so mit der ich hier jetzt schon wieder was dazu wohl wieder gebe, wahrscheinlich einfach so das, was ich wohl darüber geben ließ grad, denn ich bin und bleibe ja hier nur am Freestylen und frage mich, worum es sonst noch so gehen mag, wahrscheinlich einfach nur das, was dieser Tag natürlich auch schon viel zu viel gebracht hatte. Wie zum Beispiel, dass die ganzen Schachmatz zu setzenden Schweine jetzt gerade eben natürlich auch schon wieder alles Unreal keepen lassen und somit garantiert hier einfach nur mal wieder wachsen lassen und zwar mich dran. Also muss ich hier schon wieder jetzt so mich real halten und natürlich auch viel spalten und natürlich hier zeigen, was mir hier grad natürlich jetzt grad für mich ward und zwar jetzt grad eben so mehr kalten geeignet. Für diese ganzen schwachsinnigen, scheißmistigen Menschen, die da schon wieder meinen, mich zu bekämpfen, während ich schon wieder einfach nur beginne zu dämpfen. Was hier sonst noch so gehen mag, ist natürlich auch abgedreht als sonst irgendwas, weil ich letzten Endes schon wieder an meinem Geburtstag irgendwie nicht wirklich in meinem Geburtstag jetzt grad einfach nur einen sturen Pack voll Attacken-Kram abgekriegt hab, sondern sicherlich, klar, auch das schönste Licht meiner Ma zum Beispiel und natürlich auch einiges an Pflicht, zum Beispiel an Programm, sodass ich hier natürlich auch als Ehrenmann dann daraus kam. Dann allerdings war es nicht ratsam, sagen die anderen. Dann ständig dazu, sodass ich hier jetzt letzten Endes klar was gebe und zwar true dazu, denn ich weiß, garantiert bin und bleibe ich nicht blue darüber, sondern bin und bleibe hier ja einfach nur früher oder später. Hier garantiert kein Staatsverräter, so wie diese scheiß Arschlöcher ist meistens bei Ehren, da ich letzten Endes schon wieder was jetzt bringe. Ach ja, stimmt ja, dass man die mal lieber über die Klinge springen liest grad oder doch, du schon wieder erschießt da. Ich letzten Endes hier einfach nur, der Typ bin am Fließen da, ich natürlich einiges hier sah, aber momentan ist ja der Wirkungskram natürlich auch schon hier jetzt gerade zu kapieren, verdammt. Allerdings auch nur, weil diese Arschlöcher ständig meinen mich hier dann natürlich auch zu was zu nötigen. Ach ja, stimmt ja, dem was sich meistens krass so töten liest grad. Okay, Freestyle ist halt meine Kunst. Ihr hingegen seid dabei nicht einmal ein Vernunftenswort wert, sondern einfach bloß so verkehrt, sodass ich hier entehrt oder doch nur entert, wisse und zwar geentert. Das ist natürlich auch schon wieder das, was ich hier jetzt gerade so mache, sodass ich hier jetzt gerade was dazu sagte. Ach ja, stimmt ja, dass ihr Schwachsinnigen garantiert die Fresse zu halten hattet eben, sodass ich euch jetzt Schachmatz sitzen liest grad und garantiert da natürlich auch schon wieder einiges zu kapieren liest. Da ich Freestyle nun einmal bin, ihr hingegen wollt das nicht wahrnehmen, dann solltet ihr euch verpissen aus meinen Netzen. Somit kann ich das hier natürlich auch meistens in die Raps geben, was ich so mache, denn ich weiß garantiert das Mindflow-Ansichtssache. Egal, was ich sonst doch schon so schlachte, weil ich letzten Endes natürlich auch überwachte. Und zwar euch dabei, während ich einfach nur als die krasseste Person hier jetzt gerade nicht kwertun will, sondern einfach bloß hier grad euch bezeichnen zu als Müll. Drecksnaz die Schweine halt, die da schon wieder meinten grad kalt, mich machen zu wollen. Und nein, wahrscheinlich werden die dabei dann auch doch verschollen enden und letzten Endes nichts laufend wissen, während ich hier einfach nur zuhauf dann schon wieder pisse ihm und zwar auf die. Während ich natürlich auch hier jetzt rausgehe oder doch nur schon wieder hier zuhauf lebe. Ach, wahrscheinlich bin und bleibe ich hier einfach nur auch schräg oder doch nur schon wieder drin bleibe. Ach, wahrscheinlich ist das hier einfach so eine Breitseite, mit der ich euch natürlich auch was jetzt gerade eben zeigen will. Ach ja, stimmt ja, dass ihr hier kein Steigermüll seid, sondern einfach bloß mal wieder das, was ich meistens Freigermüll meistens nenne, weil sie garantiert irgendwie so meistens tänzeln oder doch nur schon wieder länzen zu dem, was ich so machte, während ich Ansichtssachen natürlich auch ganz gerne mal koppieren lasse, denn es ist nun einmal kein Schwachsinn, was ich im Angebot hatte. Ihr seid einfach nur der krasseste Schatten, sodass man euch beginnt zu beschatten oder was dann. Wahrscheinlich seid ihr einfach nicht ratsam, sodass ich hier euch schon wieder was dann dazu geben will. Ach ja, stimmt ja, das, was ich hier jetzt gerade in meiner Hilfe sah und zwar mal wieder klar, denn ich bin und bleibe Genius. Heart to the core. Der Sebastian Guder Ebeni, hier entgegen habt ihr jetzt keine Verträge auch loszuhebeln, sondern mal wieder irgendwie darüber zu reden, was ich hier sonst also beginne zu entledigen und zwar mich von, weil ihr seid garantiert nicht meine Richtung und somit an und für sich schon schlichtweg dumm und somit garantiert nichts anderes außer Scheißmülls, den ich garantiert nicht kennen will und somit verpisst euch, weil ihr seid garantiert nichts anderes außer Müll. Hab euch schon mal gesagt, über Funk verschließe ich keine Verträge ab. Wenn ihr letzten Endes meint dabei, überlegen halt sonst was zu sein gerade, werdet ihr garantiert nicht zugehört haben und somit einen Schaden drin haben, so dass ich euch beginne zu schaden, während ich letzten Endes euch schon wieder wahren liest dann und zwar hier einfach nur meinen wahren Freestyle, weil ich nun mal gerade dabei bin. Hier entgegen beginnt schon wieder irgendwelche Möchtegern-Scheiße zu unterzeichnen, die ich nicht mal für voll nehmen kann dann, also seid ihr nicht wirklich mit einem Ei am Wandern, sondern einfach bloß mal wieder so krank dann, dass ich euch langsam oder später nochmal begegne und zwar als der Verräter, der euch letzten Endes aushebeln will und zwar eure Verträge, weil ihr irgendwie nicht wirklich überlegt, ne, also muss ich euch in die Irre getrieben wissen und natürlich auch jetzt gerade Scheißfaschisten nennen, die irgendwie nicht Wirklichkeit zugegen sind, eben also in Wirklichkeit zugegen sind und so meistens einfach nur Scheißmus daher labern, während ich hier beginne einfach nur ratsam zu sein dann und zwar gegen diese Möchtegern-Menschen, die nicht mal am Start waren, während ich nun mal allein bin. Aktuell ist das hier garantiert so eine Sache, die treibe ich bis in die Hölle. B, während ich einfach nur vernichtete und mich damit richtete oder doch schon wieder in eine andere Richtung richtete, weil hier garantiert nicht meine Dichtung sichtete, eh alles vorbei geht, ist das nun einmal stetig so bestätigt, dass es hier garantiert verräterisch nun einmal wieder wird, ist doch gleich klar und zwar für diese ganzen Möchtegerns mal wieder einlar, wie ich natürlich auch als Reimer jetzt gerade wieder einmal wasser, ach ja stimmt ja, ihr wart krasser als wasser und somit überflüssig halt gerade mal, sodass ich euch jetzt schon wieder Gestalt gerade darin gab und zwar als was dann, ach ja stimmt ja, das was ich hier begann zu hassen, nämlich eure Diktatur über meinen Körper, ihr seid hingegen schon wieder was jetzt, ach ja gestörter, sodass ich euch schon wieder befördere und zwar dorthin, wo ich garantiert euch verunverfroren nennt und zwar einfach nur so scheiß Nazis halt, die ich garantiert lieber kalt gemacht wisse und das bald Genius Hardcore und ich denke das war's mit dem Freestyle erstmal, bis ich dann schon wieder sah und zwar einiges anderes wie der, klar. Erstmal ein anderes Instrumental wie der, klar. Ständig sind diese Wiederholerschweine da mit ihrem scheiß Gelaber und ihrem scheiß Gratsamen Kram, da ich natürlich auch schon wieder was jetzt gerade am Wandern bisse, ach ja stimmt ja, dass ich sie lieber disse und natürlich auch nicht vermisse, während ich einfach nur mal wieder schlichtweg richte und zwar sie hin, denn ich bin und bleibe einfach nur am Unterrichten, wenn dann letzten Endes schon wieder was gegeben ward jetzt, ach ja stimmt ja, einfach nur, dass ihr total wahnsinnig zu sein scheint, vor Hass und Wut, wahrscheinlich seid ihr einfach nur so die krasseste Blutbrut, ach wahrscheinlich ist das, was ich dann auch schon wieder an Blut von euch sehen will, nämlich einfach nur so rot, sodass ich euch und euer Niveau schon wieder eben müllmäßig nenne, denn ich weiß letzten Endes seid ihr zu canceln und nichts anderes hier, also muss ich jetzt schon wieder was dann aggressiver werden und das jetzt hier, wahrscheinlich einfach nur so das, was ich hier letzten Endes auch so mache, denn ihr seid garantiert zu schwach, als dass ihr mich nochmal toppen könntet, während ich euch letzten Endes gebe und zwar was zum Senden, weil ich einfach nun mal wieder ein Mann der Widerständigen bin und garantiert nicht mit so einer Scheiße, wie ihr zu tun haben wollt, also schnappiert euch jetzt, ihr möchtet gern Menschen, und ihr seid nicht meine Leute, ihr seid einfach nur die Beute, die letzten Endes dreuten, wehren. Und das war es jetzt auch schon wieder, nicht von ungefähr hier, sondern einfach bloß mal wieder dort, wo ich natürlich auch vorkomme, Genius Heart to the Core, hier in Fürstenau, und ich weiß, das dürstet mich auch natürlich auch nach dem Grüße, die hier rausgehen, wie zum Beispiel auch an Arslan oder doch eine Spiele an jemand, der auch ratsam sein kann, wie sein Döner zum Beispiel manchmal. Allerdings bin und bleibe ich hier auch als Freimer, natürlich auch nicht bei irgendwelchen anderen Meister, sondern einfach nur mal wieder der Meister, der hier jetzt gerade Meister seines Facts ist und garantiert, ja, nichts Schwarzerlinges damit meinte, sondern einfach bloß mal wieder hier gerade die Rhymes gibt. Okay, dann muss ich hier natürlich auch mein Ziel verfolgt wissen und garantiert euch wissen, weil ihr garantiert ein Widerstand habt. Ach ja, stimmt ja, irgendwie nur auf der Suche nach einer Jukebox scheinbar. Von den Kommandatoren her bislang einmal. Wieder allerdings ist dieser Reimer, ja, hier immer nur am Freestyle und somit denke ich mir natürlich auch, sind eure vielen Zeilen vom Business-Schwachsinn her natürlich auch krass nicht so legendär, als wie das, was ich hier wiederkehren ließ gerade. Also muss ich euch was bringen hier in meinem Freestyle. Ach ja, stimmt ja, dass dies bald natürlich auch schon wieder weiterhin fortgeht, selbst wenn die Worte andere Sorten, Sorten ließen, weil ich nun einmal garantiert eure Radieschen jetzt auch schon wieder anders genießen lasse und zwar von euch, denn ihr seid garantiert nur so das Zeugchen, das hier garantiert zu heute wäre und somit garantiert, was jetzt wieder werte, macht wahrscheinlich ist das hier einfach nur mal wieder das, was ich werten, mäßig natürlich auch schon wieder. Wärtigerweise jetzt gerade einfach nur in Ertewisse oder doch nur schon wieder jetzt gerade entherte, während ich einfach nur in Geländemäßig jetzt gerade einfach nur mal wieder auf dem niedrigsten Berg Deutschlands bin oder sowas in dem eindeutigen Sinn, während ich letzten Endes natürlich auch nur von Sinnen bringe, aber momentan nicht wirklich so am Spinnen bin, sondern einfach bloß mal wieder Genius, hard to the calm Freestyle. Worum es sonst was so gehen mag, ist natürlich auch alles, was hier absolut gedrehter kam, als sonst was, wie zum Beispiel, dass mein Geburtstag kurz bevor stand, nein, kurz danach war, okay, dann ist und bleibt es hier ja Genius Hardcore. Momentan einfach alleine am Unterhalten, aber momentan ja auch nur am Spalten von der Masse, während ich letzten Endes auch schon wieder kalt bringe, und zwar diese ganzen Schwachsinnigen dorthin, wo ich letzten Endes auch schon wieder was mit meinen Worten find und zwar vor, ach ja, stimmt ja, dass ich hier ratsam als Vorsiegen wäre, gerade euch natürlich auf satanischer Ferse natürlich hier jetzt gerade was zu bringen auf dieser Erde, ach ja, stimmt ja, dass ihr krasser wart und zwar am Verblassen, da ich natürlich auch schon wieder was jetzt gerade werfe und zwar euch vor, ach ja, stimmt ja, dass ihr enttäuscht habt und zwar mich meistens, während ich hier einfach nur die Rhymes bringe, denn ich weiß, der Mindking ist nun einmal wieder das, was ich hier meist find und zwar vor, nun damit meine ich mich selbst und somit weiß ich hier garantiert noch einmal, dass ihr in eurer Welt garantiert irgendwie zu schnell schaltet und zwar irgendwie dorthin, wo ihr garantiert mit Worten schon wieder was unverfrorener Weiß jetzt gerade brachdet, ach ja, stimmt ja, euch selbst so nach Mattsätzen, wenn ich letzten Endes auch schon wieder was davor finde, ach ja, stimmt ja, dann ist das hier einfach nur eine Sache, Tatsache, nämlich, dass ihr seid und zwar behindert und ich irgendwie leichtgeistig vermindert vom Geist, der gerade aber mutat natürlich auch am meisten an dieser Phase des nächsten Instrumentals hier, weil ihr irgendwie nicht so verplant seid, wie ich jetzt gerade meist, sodass ich hier jetzt schon wieder was im Start schreiß, ach ja, stimmt ja, euch allesamt sehr, weil ihr garantiert nicht wart und zwar der Oberhameer, der hier schon wieder ganz klar wäre und zwar jetzt gerade wie der wäre, wahrscheinlich einfach nur ein Genius Heart to the Core, während ich schon wieder kehr mit der wäre und zwar der Bundeswehr, dann ist das hier garantiert noch einmal schon so gefährlich, dass ich hier jetzt schon wieder was jetzt gerade ehrlicherweise dazu machte, ach ja, stimmt ja, euch allesamt schwarze Dinge zu nennen, sodass ich hier jetzt schon wieder was beginne zu dancen zu lassen, wahrscheinlich einfach nur, dass ihr jetzt gerade schon wieder was wart, ach ja, stimmt ja, einfach nur so nicht krass krass, sodass ich hier jetzt schon wieder was da fand und zwar vor, ach ja, stimmt ja, dass ich hier satanischer als sonst was vorgehe, während ich einfach nur eure Scheiße verdrehe und letzten Endes auch schon wieder was dazu verstehen gebe, einfach nur das, was hier jetzt gerade auf meiner Spur, vielleicht auch einmal irgendwie vor dem Reimer, ja cool, kam, aber momentan seid ihr natürlich auch nur Schleimer, sodass ich hier schon wieder was jetzt gerade im Reim gab, wahrscheinlich einfach nur das, was ihr wieder einmal früher fand und zwar vor Genius Hardcore, sagt dazu nur, Gerd Sebastian guter zu sein halt und ihr beginnt einfach nur den Steinschlag zu spüren, also ihr denn, ihr seid irgendwie nicht zu tolerieren und damit meine ich die im ganzen Möchtigen Menschenmassen hier im Funker Weg und Chaos, während ich einfach nur sage, ihr seid total verwahrlost und somit insgesamt und tschüss, weil ich eure Scheiße auch schon wieder mich setze und zwar drüber hinweg, während ich einfach nur mal wiedergebe, was hier sonst noch so kurz nach meinem Geburtstag so geht, das war der 32., sodass ich hier natürlich auch schon wieder was jetzt lese und zwar wieder einmal hier steht, dann nennt mich jemand sein Bruder, wahrscheinlich ist das nicht mal nur gerade jemand, der mit mir cool war oder vielleicht auch doch, ich weiß es auch nicht, letzten Endes ist das natürlich auch so Hip-Hop-Stoff, während ich einfach nur mal wieder so drop, was sonst noch so und sich fragen, Lies gerade, wo ist das hier nochmal, meine Kunst, während ich einfach nur mal wieder rein günstig jetzt gerade vorgehe, wahrscheinlich einfach nur so, indem ich hier die Worte sofort gebe und natürlich auch sofort schräg dafür genannt werde von den ganzen Möchtigen Erwachsenen, während ich hier einfach nur mal wieder was dann finde, wahrscheinlich einfach nur alles, was hier am Schwachsingen schon wieder was jetzt gerade bringt und zwar sich in eine andere Richtung, wahrscheinlich einfach nur das, was ich hier schon wieder finde schon, denn ich bin nun ja nicht dumm, sondern einfach super wie der Genius-Hartelcore und eure Lichtung könnt ihr garantiert auch ohne Sicherung finden, während ich hier einfach nur beginne, mit meinen Worten was zu verbinden und ihr garantiert jetzt gerade was zu senden, ach, weil es wahrscheinlich eher zu senden, weil ihr gesündelt wart und kam das hier jetzt schon wieder irgendwie von einem geistlich Behinderten nicht wirklich an, sondern von einem seelisch Behinderten. Das ist ein Riesenunterschied, ihr hingegen seid da schon mal mein Glied nicht gewöhnt, sondern einfach nur bloß mal wieder am schönen, und zwar das B, was ich einfach nur verrasse, D mit dem, was ihr jetzt einfach nur so krass gebt, während ich euch einfach nur mal wieder ausrasten ließ grad, weil ihr seid ja einfach nur zu viele Nazis halt, als was man hier noch klarkommen dürfte, weil ihr garantiert seid und zwar unter meiner Menschenwürde. Und somit denke ich mir dann auch, letzten Endes, was ich hier so rausgebe, ist einfach nur so stets, dass das sich auch bestätigt wüsste, einfach nur, dass ich nicht aufgebe, zum Beispiel, indem ich hier einfach nur mal wieder was jetzt gerade riss, eben wahrscheinlich einfach nur das, was euer Verstand einem hier nur so gleich kam, ließ grad, nein, gleich kommen ließ. Okay, wahrscheinlich war das auch schon wieder so und so mies, sodass ich hier jetzt gerade was wohl wieder mit meiner Zunge betrieb einfach nur einen Freestyle an und für sich halt, während ihr einfach nicht mal kapiert, was hier Rap ist und somit garantiert euer Vermächtnis dafür, dass ihr garantiert jetzt was wart. Ach ja, stimmt ja, viel zu verhasst halt, sodass ich euch schon wieder was jetzt grad setzte. Ach ja, stimmt ja, Schach macht die nächste. Und schon wieder geht es hier. Einfach nur weiter in Richtung Dichtkunst und natürlich auch schon wieder in Richtung Sicherung ohne Boden, während ich hier einfach nur beginne, euch zu drogen, nein, zu dirb zu bringen. Und zwar, was hier jetzt gerade einfach nur noch sowohl ein King als auch ein Kleinkind natürlich auch schon wieder sendet, denn ihr seid einfach nur mal wieder schlichtweg schändlich wie die Kinderschänder, die ich letzten Endes auch schon wieder hängen ließ grad, dann hängen ließ grad, allerdings auch nur, weil sie beginnen, mich zu hassen und dafür, dass ich sie ständig verpatsse. Denn letzten Endes sind sie einfach nur zu hängen, wenn dann an Wänden irgendwie einer von denen abgeknallt wird, also tot war, dann ist das für mich sehr schön und so denke ich mir auch schon wieder an und für sich grad, mich zu beherrschen. Allerdings denke ich mir, letzten Endes sind diese Perversen auch nur zu hassen, so dass ich jetzt schon wieder was denen geben will grad. Ach ja, stimmt ja, dass die irgendwie nicht wirklich in meine Richtung gechillt haben und somit irgendwie letzten Endes auch schon wieder was jetzt grad war, nachher einfach nur der krass entsetzbare Kram, so dass ich hier letzten Endes wachmach dazu, einfach nur meine eigene Freestyle-Improvisation über meine Instrumentale, während ich einfach nur mal wieder was jetzt grad dazu gebe, wahrscheinlich einfach nur das hier jetzt gerade, was war einfach nur nicht so krass begeistert wie die Masse, sonst aber momentan ist das hier einfach nur das, was vorkommt. Nächstes Instrumental und somit ist das hier natürlich auch schon wieder in Ordnung, momentan einfach nur mit den Worten zu sortieren, was hier sonst noch so an voll vielen Gedanken durch meinen Kopf rast, denn ich weiß ja, letzten Endes ist das hier zu sondern und zu aus, während ich einfach nur mal wieder so, klar den Graus drauf mache und letzten Endes auch schon wieder was dabei, schon wieder einfach nur schlachte, wahrscheinlich einfach nur alles, was ich hier so wachte und zwar letzten Endes auch schon wieder das, was ich hier letzten Endes im Freestyle verwende, ist doch gleich klar, aber momentan verschwende ich natürlich auch nur Worte und sende es wieder einmal so, dass ich hier jetzt schon wieder was jetzt grad als Reimer wieder mache, denn ich weiß garantiert, dass Genius Hardcore jetzt grad nicht hier boasts, sondern einfach bloß mal wieder raus auf euren Tod, scheißberg meine Gang Idiot.